Für den perfekten Abschluss des Tages haben wir dann auch noch Infrarot-Kabinen im Programm, sei es hier mit unserer Royal-Kabine, die vom Design her in die moderne Richtung geht, aber von der Ausstattung auch die komplette Palette bietet, also sei es diese Magnesium-W-Strahler, Fußbodenheizung, Lendenwirbelstrahler, also auch für die Therapiewirkung, wenn sie heute Probleme mit Gelenken, Muskelbeschwerden haben. Der Pool macht die Vorarbeit und dann die richtige Tiefenentspannung, die Tiefenwärme in unseren Infrarot-Kabinen bietet Ihnen dann den perfekten Abschluss. Hat schon die Temperatur? Ja, kurze Vorheizzeit. Darf ich rein? Klar, selbstverständlich. Einfach mal Probesitzen. Genau, mit der Wirbelsäule am besten bei einem Strahler platzieren. Die sind auch perfekt abgestimmt vom Temperaturbereich, also so dass sie sich nicht verbrennen können, also und trotzdem auch die perfekte Tiefenwirkung haben, also im Infrarot-B- und C-Bereich. So eine Sitzung von circa einer halben Stunde wird Sie völlig entspannen und Sie werden sich wie neu geboren fühlen. Was muss ich ausgeben für so eine Kabine? Bei uns geht es los bei circa 1.500 Euro, 1.600 Euro sind Sie schon mit dabei.